Willkommen bei Procedis Chanel. Procedis Chanel ist Ihr Partner für textile Präsentationstechnik. Das 6000 Quadratmeter große Produktionshaus nahe Bremen beliefert von hier aus seine Kunden in ganz Europa und darüber hinaus. Die Großflächenbanner, Displaysysteme und Riesenposter bieten mit ihren uneingeschränkten Gestaltungsspielräumen ein Maximum an Wirksamkeit ihrer Werbung. Jedes auch noch so außergewöhnliche Konzept wird von Procedis Chanel realisiert. Durch die Verbindung unserer kreativen und technischen Kompetenzfelder entstehen individuelle und unverwechselbare Kommunikationslösungen. Unser Team unterstützt Sie während des gesamten Projektes und setzt sich mit Begeisterung für Ihre Ziele ein. Nachdem Ihre Projektdaten von unserer Grafikabteilung optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wurden, werden Sie im Druckzentrum mit digitalen Großdruckmaschinen der neuesten Technik und in höchster Auflösung gedruckt. Die Konfektionsabteilung bietet mit ihren räumlichen und technischen Möglichkeiten die Garantie für die passgenaue Fertigung Ihrer Banner. Ausgebildete Spezialisten von Procedis behalten jedes Detail im Blick und ermöglichen durch hochwertig eloxierte Aluminiumkonstruktionen die perfekte Montage Ihrer visuellen Inszenierung. Procedis ist bereit, Ihre hohen Anforderungen zu erfüllen und zu übertreffen. Procedis ist Teamwork und Leidenschaft zugleich. Lassen auch Sie Ihre Visionen Wirklichkeit werden. Procedis ist milliards und Mehr практи�� budgeting. Sch caution und andere Ar самых am驚enigsten. Ausgebildete Intro